das ist auch nichts vielleicht gibt es ja irgendwas was man nur anklicken kann dieses ab vollgepackt mit geschenken na sonst ist aber auch nichts mehr da noch irgendwo etwas nur glocke die nicht läutet sehe ich auch nichts mehr mal so viele screens sind es ja auch gar nicht gerne habe irgendwie das gefühl gehabt dass dieser teil jetzt nicht so gut da haben wir ein puzzleteil und ein geschenk gut 14 von 15 und 14 von 36 so viele würden uns aber gar nicht fehlen so schauen wir uns da noch mal um also ich bin schon versucht die noch zu suchen so aber ja wie gesagt vielleicht kommt ja auch nur screen vielleicht war es ja noch nicht der letzte kann ja natürlich sein aber das fühlt sich jetzt schon fast so wie ein ende an da kommt dann kommt man nicht mehr hin da war doch nur der brief na sollte ich nicht na sonst ist das auch nichts mehr aber da ist schon alles durchprobiert gehen wir es nur noch mal ganz kurz durch da ist auch nichts der feuerwerkskörper ist auch nichts ok na gut ich glaube da gibt es aber sonst auch nichts mehr gut dann gehen wir den screen noch mal durch oh da kann man die lichter oh aha sehr gut dann haben wir da sie auch so ein puzzleteil würde uns noch fehlen und eine katte so sonst ist das aber nichts mehr ok gut dann gehen wir da weiter und schauen wir uns hier noch mal um wo ist da ein bissl anklicken mhm da waren noch zahnen zapfen da kann man auch noch ein und ausschalten bringt sie leider auch nichts da ist nur eine glocke bringt sich auch nichts schöne glocken das kann man nicht ein und ausschalten nö schade da ist nichts mehr da ist auch nichts mehr ups da geht es nur noch zurück da ist eher nix mehr nö gut die geschenke kann man eh nicht anklicken da geht es auch wieder nur zurück ok und das kann man auch nicht anklicken ok bezogen haben wir hier jetzt auch alles durchsucht ok dann gehen wir da noch mal rein so da müssen wir uns auch noch mal ganz genommen sehen weil da gibt es glaube ich einiges zum anklicken die bilder zum beispiel ich schalte es einmal aus so da ist noch bär alles eisbär ist das beliebteste spielzeug ok so da sind auch noch ein paar bären da ist noch geschenkt da ist ein ball für zappelige kinder genau niedliches aufziehspielzeug spielzeug spielzeugmacher ist ein guter mann ja so da geht es dann weiter hallo herr bär hallo herr bär hallo herr bär das ist ein gutes cruce wie wohl diese länder die anspielung für nehmen und cool irgendwie da da ist noch ein uhu die orde sieht lebendig aus ok sonst aber die kann man eh nicht ausschalten ja sogar in dem spiel gibt es Backtracking ok dann gehen wir weiter so auch hier könnte es ja quasi überall noch was geben oh grandioso ja das heißt es sollte da überall die tür ist verschlossen ok da ist nichts mehr ach schade da ist auch nichts ok so das war nur das beim Bild kann man nichts machen das kann man nicht ein und aus schalten da geht es dann weiter fertige spielsachen genau hier gibt es aber auch nichts mehr oder ne sieht nicht so aus ok ähm ich werde das übrigens auch mal machen das jetzt alles nochmal durchgehen wenn ich da nichts finde dann werde ich offscreen glaube ich wirklich nochmal alles durchsuchen da ist auch nichts mehr gut sonst haben wir da glaube ich alles durch na da geht es nur zurück ok dann gehen wir da mal weiter das ist nur er das kann man nicht ausschalten bei den fenstern kann man auch nichts anklicken na 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 nicht so schnell da kann man nichts machen da kann man nichts machen da auch nichts da kann man auch nichts ausschalten da kommen wir auch nicht mehr rein da geht es dann zurück da ist ah nur das buch sonst ist da aber nichts mehr nö gut gut mond kann man auch nicht anklicken ok dann würde ich sagen ups na nicht so schnell dass wir glaube ich hier auch weiter gehen können da kann man eh nix irgendwie was nö ok schauen wir uns hier noch um schade das war nur geschenk ein kerzenleuchter ein Bild oder grob nirgendwo ein Puzzlepeil oder ein Geschenk beziehungsweise eine Katze da gibt es auch nichts bei dem Bild auch nichts da geht es weiter da ist sonst auch nichts ok schade da scheint es auch nichts mehr zu geben also dass der Anderson wollte ich schon Scrooge sagen ok dann gehen wir da weiter aber vielleicht denken wir ja bestimmt das Brett noch bewegt da scheint auch nicht zu gehen da ist auch nichts da ist auch nichts na 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 noch nichts weil die Geschenke ist auch nichts alter ok ok gerade gehen wir da noch weiter so da waren die Glühwürmchen diese Blume auf sich hat auch keine Ahnung die Uhr sagt dass 12 schlägt doch immer das schon zu bedeuten hat ok womöglich gibt es wirklich nur so eine Art Abfluss Screen da gibt es auch nichts da gibt es auch nichts ich glaube ich werde wirklich einmal ich meine Samäscher fast durch jetzt ich kann es auch noch durchziehen ja das war das zum lesen sonst gibt es da aber auch nichts mehr da war der Käfig da gibt es nichts mehr das kann man eh nicht ausschalten weil das uns nämlich von beiden jeweils eines fehlt das ist schon auffällig so ups da nein 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 noch nicht war da noch was das war nämlich auch ziemlich aufgeräumt aber da hat es generell nichts gegeben nö da aber die Geschenke gibt es auch nichts die Dominosteine gibt es auch nichts mehr na ok ich glaube das ist jetzt der letzte Screen den ich mir nochmal ansehe da 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 gibt es auch nichts ok let's go Charlie Nina es geht glaube ich noch weiter es ist fast Mitternacht der Kristall und der Spiegel müssen uns eigentlich den Weg weisen vielleicht habe ich vorher einen Cut gesetzt was was ich schreibe mir das glaube ich auf rette Nina vielleicht habe ich einen Cut gesetzt falls ich einen Cut gesetzt habe kurz zur Info ich habe nochmal jeden Screen durchsucht ähm ähm ich habe nur noch äh 0 0 35 hat alles durchsucht ähm genau falls ich einen Cut gesetzt habe ich habe nochmal jeden Screen durchsucht nach äh Katzen und Puzzleteile äh es fehlt uns ich habe noch etwas gefunden das habe ich eh hinein geschnitten mir fehlt jetzt wirklich nur noch eine Katze und ein Puzzleteil. Und ich hoffe, dass wir jetzt noch zu einem Screen kommen, wo wir das finden.